Mit ihren Ehemännern waren die Mamis Bibi und Paola in einem Club feiern. Auf Instagram posteten alle vier viele gemeinsame Fotos und Videos. Nun kursiert unter den Fans aber ein weiteres Video, was jemand im Club aufgenommen hat. Darauf sind Bibi und Paola zu sehen und Bibi eskaliert völlig. Die Party scheint auf jeden Fall total wild gewesen zu sein. Diese Auszeit haben sich die vier aber auch wirklich mal verdient. Auf welche Haarfarbe stehen Jungs am meisten? Wir verraten es euch im Link in der Infobox. Für mehr spannende Videos abonnier unseren YouTube-Kanal Starzip.de